Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Amnesty International Radiosendung hier bei Radio Dreieckland. Vielleicht stelle ich uns erstmal vor. Wir sind Aktivistinnen und Aktivisten der Amnesty International Hochschulgruppe aus Freiburg. Über 40 Studierende engagieren sich hier in sechs Untergruppen zu verschiedenen Menschenrechtsthemen. Zurzeit gibt es die Antitodesstrafengruppe, die Frauenrechtsgruppe, eine Kampagnengruppe, eine Menschenrechtsbildungsgruppe und Queer Amnesty. Mit unserer Sendung hier wollen wir einmal im Monat über aktuelle Menschenrechtsthemen berichten und euch einfach über unsere Arbeit in den Hochschulgruppen erzählen. Ganz wichtig auch die Amnesty News, die euch über aktuelle Geschehnisse weltweit und intern auf dem Laufenden halten.